mitgebracht gehabt hier schon abhauen abhauen nach links das ist überlegen erstmal muss ich das du hast hier mitgebracht ja aber die trüben ja echt und minder ein ruhe wo ich hier runter erst mal wieder hier und das waren vier guten mitgebracht ja ja wo kommst du hier hoch ich will die von ich will die von oben einbauen ich will die von oben einbauen da oben sind sie spaß ich bin bloß los rein der auch noch auf mich zu Na klar, damit du mein Zeugs helfen tust. Jeder Schuss ein Treffer trifft aber eben nie zu. Ich hab Diamant gefunden. Ah ja, das ist nicht Diamant. Das ist Glatzugi. Was sagst du? Du kannst hier hochkommen. Erwischt. Ich will die dort oben einbauen, weißt du wie? Da haben die bloß noch einen Weg nach unten. Wie kommen wir jetzt da drüber? Du könntest die Map schießen, während ich hier einen Weg drüber baue. Nee, später. Ja, nie, nee. Ich hab doch schon gespannt. Warte mal, auf Shift mach ich das noch, Crouchen. Crouchen ist Shift noch. Hier ist irgendwo ein Gast. Hier ist irgendwo ein Gast. Hier ist irgendwo ein Gast. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, diese Steine brauche ich nicht. Du könntest mich mal navigieren. Wie viel muss ich denn jetzt noch? Viel? Wenig? Weiter. Weiter. Ich bin drüben. Ja. So, jetzt nochmal. Das Ganze zweimal rüber. Weiter. Wirst du damit mal auch Geländer oder sowas haben? Ich weiß schon, ja. Damit wir auch ein Geländer noch mit rüber bauen können? Hm. Geländer? So, ich muss was gucken. Nähter Stein. Wir können ja genug abbauen, wenn wir wieder heben gehen. Ja. Kommt schon Ende? Mhm. Gut. Na, das war ja auch voll, das war ja auch voll genial hier, ey. Das war ja, das war ja voll genial. Weißt du das? Hoffentlich kommt jetzt keine. Nee, nee. Deswegen nicht. Oh, das war jetzt voll genial hier. Du passt auf, ja? Hm. Kann das ja auch gut sein. Sag Bescheid, wenn eine kommt. Ich baue hier oben ab. Noch ist keine da. Oh Gott, zwei Stück. Okay. Und? Warte. Du hast was gemacht, oder? Ja. Getroffen. So eine Wichse. So. Jetzt sind sie weg. Jaja, gut. Da kann ich nämlich hier oben klein mal zubauen. Tschüss. Und wieder getroffen. Wieder getroffen. Ich geh krachen, ey. Jetzt muss ich aber erstmal regenerieren, ey. Hm, mach. Mach ich. Und was wird euch dort unten noch, oder? Hey, ist bis jetzt noch keiner gestorben. Ja, seid ihr auch mal weiter gelaufen, oder bleibt ihr dort? Ach, die haben bestimmt eingepasst in den roten Stein, erzählen die Geschmärschengeschichten. Komm, ich hab nichts gefunden. 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 Warte. Oh, jetzt kommen sie zurück, jetzt kriegen sie auf die Schnauze. Ach. Ach. Treffen. Der trifft dich, oder? Nein. Gut. Jetzt ist er weg. Gut. Warte. Na wer wohl? Die Lohre. Wir haben auch hier ein paar Lohre. Zwei oder drei Stück. Heute auch Dampf betrieben. Pass auf. Süß. Und? Wie sieht's aus? Ich hab wenigstens genug Ruß dafür jetzt gefahren. Wie sieht's aus? Wie viel sind denn hier? Keine jetzt mehr. So. Das Spiel müssen wir weitermachen. Ich seh vier Lohren, ich seh drei Lohrenrouten. Na? Schick den Lockvogel nach vorne und du schießt dann alle Bär ab. Oh! Oh. Geh zurück. Und tschüss. Ist doch Lockvogel weit vorne. Oh scheiße. Was denn? Fragt man nie. Die zwei hab ich jetzt nicht erwischt, eine ist nicht unten rein. Eine, eine ist jetzt irgendwo drüben bei dir unten. Ich bin eingebaut. Ja, die erwisch ich halt nenn mal. Äh, ich bin eingebaut. Toll. Oh, bleib eingebaut, bleib eingebaut. Ist so schlimm? Lass dich von der Frau retten. Vier Stück. Lass dich zurück. Wie sieht's denn auch? Ich, ich hör sie krepieren. Ich bin hier ganz ungünstig, weißt du das? Aaaaaaaaaaaaaaah. Ey, stirb mir ja nicht weg, du. Ja, wer soll denn dann nicht schützen? Richtig. Jetzt kommen sie aber, du. Mach keine Scheiße. Zwei Stück sind grad gespawnt, ich seh die nicht mehr. Die sind irgendwo unten bei dir. Ja, weißt du warum? Weißt du auch warum? Kannst du die nicht weg, äh, äh, irgendwie mit, 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 ich kann da unten nicht reinziehen. Ich seh die nicht mehr. Es müssten zwei oder drei Stück sein. Wer ist denn das Problem? Läs ein anderes. Das Problem ist ein anderes. Was ist denn? Ich bin genau irgendwo beim Spawner. Hm. Äh, du hast wieder in den Weg geschossen? Warte. Naja, ich hab's doch gehört. Ja, aber die fliegt da oben rum. Scheiße, schon wieder. Oh, Alter. Vier Stück gespawnt. Ähm. Wenn ich jetzt mal irgendwie die Koordinaten wüsste, würde ich mich von unten an den Spawner bauen. Drei, drei, vier. Ach, du bist süß. Ja, minus zwölf. Plus 28. Immer der leuchtende Flüssigkeit folgen. Ja. Am besten schon musst du rein. Ja. Ja. Ist das Gold? Nein, Gold. Jetzt, was ich jetzt hier hoch... Jetzt, was ich dann hier hochbringe, muss stolz auf mich sein. Auf dich ist niemand stolz. Doch. Ich seh nicht mal deinen Namen. Ähm. Ich hab grad ne Lohe vor mir gehabt. Naja, komm, hol nie rum. Doch. Ganz tolle Böse. Siehst du jetzt meinen Namen? Ähm. Nee, ich seh dich gar nicht. Ist egal. Äh, kannst du dich noch an den Diamantblock erinnern? Ja. Ich bin in der Nähe. Im Maginärgarten. Ach, du bist da unten. Nicht klar. Das ist doch falsch. Ach, erzähl's dir. Mach kein Mist. Also, wenn du so weiter geht... Was ist dann? Scheiße. Dann haben wir einen Haufen Erfahrung und... ...hoffentlich noch Lohnruten. Och, eine hab ich zumindest. Naja, aber da müssen jetzt schon einen Haufen drüben liegen. Hammer. Erzählst du? Ja, und mir gehen langsam die Pfeile aus. Ich hab nur noch 29. Ich hab hier keinen Anhaltspunkt. Das ist total falsch. Nee. Sag es nicht. Ist falsch. Echt eh. Ach, sag es nicht. Doch, übelst. Weißt du was? Weißt du was? Warte mal. Tue ich jetzt noch weiter nach hinten gehen? Ja, du dämliche Lohe. Ich komm nie hoch! Scheiß Sollsand. Scheiß Illensand. Ich kämpf mich von unten nach oben. Siehst du mich? Nee, du! Nee, du! Ich bin genau neben dem Spawner. Okay. Ich bin genau neben dem Spawner. Erstmal was fressen. Warte, ich schieß mal die... Ah, du blöde Lohe! Ah, du blöde Lohe! Sehst du mich? Ja. Ja, ich seh dich rennen. Voll auf die Lava zu. Jetzt, jetzt Tag oder was? Jetzt, du kannst raus ins Tag. Ja, ich komm dann mal hoch, weil ich hab so viel Zeug. Ey, wer's dabei ist. Äh, ich bin doch nie neben dem Spawner. Nee. Bist lieber beim Ender-Dings drinnen, ne? Richtig. Das ist mein Problem. Äh, wo ist denn das, wie ich... Ich hab, ich hab einen gespannten Bogen. Oh, scheiße. Ich hab... Du hast Angst? Wovor denn? Nee, ich hab... Redstone hab ich 1, 2, 3, 4, 5, 5... Stacks Redstone hab ich. 1, 6 Eisenerz. 4, 27 Eisenerz. Ginggo! 19, 19 Diamant. Wir hauen ab. Wollte ja schon wieder rum, er hat da wieder was gefunden. Ein Gegner. Wir hauen ab. Eikling. Eikling. Fünf. Eikling. Sechs Lohnrouten. Sechs Lohnrouten. Sechs Lohnrouten, 14 Level, wir hauen ab. Was? Mir geht die Pumpe, sag ich dir, ey. Ich bin dort mitten im Spawner rumgerannt. Ich hatte ein halbes Herz nur noch. Mir geht die Pumpe, ich haue ab. Was geht denn der Pumpe? Oh, mir geht die Pumpe, sag ich dir. Guck mal, was ich gemacht hab. Warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich save erstmal alles im Rucksack. Ich save erstmal alles im Rucksack. Ja. Alles, was ich habe. Mir geht die Pumpe, ey. Ich weiß nicht, wie das das sagt. Das glaub ich mir, ey. Oh. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also zwei Stück, glaube ich, hab ich noch erwischt gehabt bei dir. Oh, leck mich fett, ey. Oh. Du wichst in den Kreis gegangen, Fräulein. Scheiße. Jetzt kommen sie nicht mal zurück wieder. Immer dasselbe mit den Leuten. Och. Fuck dich, ey. Schickst du irgendwo hin, dann kommen sie nie wieder. Ja, hier oben fackst du schon wieder. Ein letztes Außenminister ist da auf einmal am nächsten Tag weg. Hier, komm mit. Komm mit. Ich habe einen Punkt gesetzt. Ja, genau. Also, ich habe schon mal, ich habe sechs Lohrenrouten. Das reicht mir. Reicht doch lange nicht. Echt? Was willst du damit bauen? Du, wir gehen im Kreis. Komm mit. Ich habe einen Punkt zu der Treppe gesetzt. Wo bist denn du? Tu mir das nie an. Tu mir das nie an. Lebst du noch? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wo bist du? Ich bin hier runtergefallen. Gefallen nennt man das. Ich glaube, das ist ein besserer Weg hier. Lid, wo bist denn du? Ich bin hier hinterhergesprungen. Wo bist denn du? Wahrscheinlich falsch. Wurtausgang hier zu. Ohne Scheiß, wo bist denn du? Warte mal, bleib mal bitte. Ich komme wieder zurück. Wo bist du? Wo ist denn zurück? Wo ist denn zurück? Ja, bleib da stehen. Hier. Wo ist denn hier? Hä? Wo bist du jetzt hergekommen? Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet nicht mehr zurückkommen. wenn ich hätte hier ist irgendwo der Treppen